Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist der Joe und der Joe möchte uns etwas sagen. Ach, jedes Mal, wenn ich sage, dass der Joe verschwindet, er wollte darauf hinweisen, dass wir hier so wunderschön geschwungene Zäune bauen können. Und das hängt einfach nur damit zusammen, dass wenn wir die Zauntüren, also sprich, heißt das wirklich Zauntür? Zauntür, Zauntür. Hi, Kroko. Fichtenholzzauntür, genau. Grüß dich. Wenn wir diese Fichtenholzzauntür hier an eine Mauer ranbauen, hat das zur Folge, dass die Zauntür einfach nach unten gerutscht wird. Hier auf diese Höhe. Und die hier sitzt an keiner Mauer dran, deswegen bleibt die auf normaler Höhe. Und dann können wir hier so wunderschön geschwungene Dinger bauen. Was haust du mich denn? Kroko, kennst du Armdrücken in Minecraft? Nein. Das habe ich gerade erfunden. Okay, los geht's. Guck mal, wenn du eine Zauntür in diese Richtung öffnest, genau. Siehst du, die öffnet sich in die Richtung, ne? Okay, Achtung, auf, los geht's los. Drei, zwei, eins, go. Oh, ich führe, ich führe, ich führe. Ah, jetzt führst du. Okay, ah. Man hört das aus, dann hört das auch an das auf. Ah, ah, okay. Das ist lustig. Ja, das ist lustig, ne? Das könnte man sogar mit drei Zauntür machen, das ist so jetzt Next Level Game. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja, okay. Da könnte man ein Spiel raus machen, aber das kann man leider nicht detektieren, welche Richtung gedrückt werden. Achtung, fertig, los. Okay, Next Level Gaming, Next Level Gaming, Next Level Gaming, Next Level Gaming, okay. Auf geht's. Da muss man aber irgendwie ausschalten. Halt halt, ich muss mir was Leeres in die Hand. Wenn ich eine leere Hand habe, dann baue ich nämlich nicht ständig neue Türen. Okay, okay, okay. Ach, schau mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, nee. Okay, alles gut. Das ist Next Level Gaming, sag ich dir. Okay, okay, alles klar. Okay, viel Spaß. Okay, okay, wir machen das irgendwie immer so, die ersten zwei, drei Minuten am Anfang machen wir immer sinnvoll. Aber es kommen auch Ideen, denn meine Idee, die ich jetzt habe, ist, dass wir einfach als Möglichkeit, in die nächste Etage zu gelangen, ein Pater Noster verwenden. Und zwar einen, den ich mal vorgestellt habe. Oh, ich liebe Pater Noster. Ja. Also die Aufzüge jetzt gerade, wir wollen ja nicht wieder irgendwie. Auch im echten Leben? Ja, 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 ja. Und wir waren mal, wir waren in Berlin im Rundfunkgebäude, glaube ich. Es ist mit diesen ganzen Zielsteinen. Und die haben da ein Pater Noster. Wir durften den nicht fahren, haben die gesagt. Ja, da warst du ein Führerscheid für. Das kann sein, dass sich jemand nicht an die Regeln gehalten hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer. Ich finde die Dinger mega cool. Die machen richtig Spaß. Wieso auch immer. Aber ich finde die cool. Weißt du, was das ein bisschen wie Problem ist? Es ist, dass das nicht symmetrisch aufgeht mit dem Tor, was da vorne ist. Wo sind wir? Wo bist du? Ich finde dich nicht. Du kannst nicht einfach da sagen. Das funktioniert nicht. Wir gucken links hoch. Links hoch. Links hoch. Links hoch. Ah, da. Okay. Das geht irgendwie nicht auf mit dem Tor, finde ich. Oder? Das Tor? In Bezug auf? Ja, das ist hier. Das ist die Mauer hier ab. Nein, nein, nein. Das lassen wir mal meine Sorge sein. Okay. Ich lasse mir da schon was einfallen. Und es muss nicht immer alles symmetrisch aufgehen. Das hat einen gewissen Charme, wenn es mal nicht symmetrisch aufgeht. Oder baust du jetzt sozusagen hier die Mauer und machst das hier so eine Art Außensteg. Richtig. Richtig. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das hier nach vorne ziehen soll, dass es vielleicht so eine andere Ecke hat. Und dann nicht. Das könnte besser aussehen. Nice. Okay, das ist gut. Dann gucken wir mal weiter, was ich hier unten machen kann. Und du guckst weiter, was du da oben machen kannst. Genau. Vielleicht für die Zuschauer, weil ich habe in den letzten Folgen einfach hauptsächlich so vor mich hingebaut und einfach leise gedacht und laut gequatscht und hauptsächlich gebaut. Und ich habe vielleicht eine kleine Begründung, dass man so ein bisschen weiß, was ich warum, wie mache. Rechtfertigung. Ich versuche nämlich jetzt hier einfach mal die Grundformen von dem Schloss abzustecken, dass ich nachher auch wirklich weiß, wo sind die verschiedenen Etagen, wo möchte ich was wir haben. Und sobald ich das weiß, kann ich mich dann wirklich ein bisschen mehr an die Details machen. Ich habe hier zwar unten schon angefangen, ein bisschen mit der Mauer, aber das ist natürlich alles noch far from ready. Insofern, wir müssen da noch viel machen, Gott sei Dank. Und so Stück für Stück kriege ich aber ein Bild davon, wie das hier aussehen soll. Und das ist erstmal echt wichtig. Und normalerweise, wenn ich sowas baue, setze ich mich ja erst hin und dann mache ich so ein paar Skizzen, dass ich grob weiß, wie sind Proportionen und so weiter und so fort. Das habe ich hier nicht gemacht. Deswegen muss ich jetzt hier ein Minecraft machen und dann nehme ich eben diese altbekannte Technik mit den Umrissbauen. Das ist ja ganz beliebt und ganz bekannt bei verschiedensten Minecraftern. Und das wende ich hier auch an und es funktioniert, denke ich, auch ganz gut. Gab es da nicht mal so einen Song von... Aha. Das war so... Shame on me. Okay. Dass du hier keine Skizze machst. Also echt. Das war unverständlich. Du hättest gerne eine gehabt. Ja, gibst du. Nein, 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 nein. Das rede ich nicht. So. Oder habe ich den Song in mir falsch in Erinnerung? Hm, kaum. Nicht wesentlich. Okay, gut. Das freut mich zu hören. Mein Gedichtnis wird ein bisschen alt. Jetzt schon. Jetzt schon. Ist okay. So, so. Das war das Lückenfüllerwort von zwei Leuten gleichzeitig ausgesprochen. So. Aha. Aha. Okay. Okay. Ja. Gut. Fallen dir noch welche ein? Äh, äh. Äh, äh. Machst du das öfter so? Äh, äh, äh. Weißt du, warum wir Menschen äh sagen? Entschuldigung. Nein. Also was eines, also, es gibt ja mehrere Theorien, aber so was so die anerkannteste wissenschaftliche Theorie darüber ist, warum Menschen äh und so öh sagen. Ja, man kenne ich nicht, weiß ich nicht, verrätst du mich? Es ist die Angst vor der Stille. Und zwar, wenn wir reden, könnte es sein, dass wir, es gibt zwei Erklärungen. Erklärung Nummer eins. Es kann sein, dass wir Menschen unterbewusst Angst haben, dass in der stillen Phase des Nachdenkens jemand anderes das Wort ergreift. Und um dies zu verhindern, blockieren wir es und geben diesen Ö und Ä laut, um zu signalisieren, dass ich noch nicht fertig bin mit dem Reden und dass da gleich noch ein Wort aus meinem Mund platzen wird. Äh, genau das meine ich. Und die Alternativmöglichkeit ist, um zu signalisieren, dass man am Denken ist. Also, wenn man einfach dumm herumsteht und guckt, könnte das ja meinen, dass der den Faden verloren hat, ne? Also, stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem und machst du gerade was? Warte kurz, wo bist du? Siehst du, genau das meine ich. Da bist du, okay, jetzt, bitte, 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 wir werden noch einmal demonstrieren. Das war doch gerade, genau das war es schon. Du hast nämlich gefragt, machst du gerade noch was? Weil da war diese Stille. Genau, genau. Ich habe einfach nur nachgedacht über das, was ich jetzt sagen wollte. Aber du hast doch sicher etwas mit deinen Händen gemacht, damit man weiß, dass du da reden wirst. Ja, sie, 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 siehste, ich habe mal nichts gemacht. Ich habe einfach mal nachgedacht. Und dieses Nachdenken führte dazu, dass du offenkundig verwirrt warst. Hätte ich aber jetzt gesagt, also, Koko, wenn man jetzt, ähm, äh. Genau, dann hätte ich gewusst, da kommt noch was. Richtig. Und dann wäre die Zeit dir auch gar nicht so lange vorgekommen. Also, das ist der Grund, warum wir hauptsächlich dieses Willwort nutzen. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Solltest du Lehrer werden. Echt? Shit. Ich glaube, ich glaube, das ist falsch. Kannst du M sagen, damit wir keine Stille haben? Das wäre echt super. Ich habe just gerade auch gedacht, ob ich das irgendwie jetzt kommentiere, dass die unangenehme Stille. Lass, lass uns über das Wetter reden. Schön heute, oder? In Minecraft kommt. Heute wieder Sonnenschein. Und? Sonst so? Ja, jetzt ist irgendwie nicht mehr das Schöne. Gehen wir mal rein. Wie geht's, Tante Ilse? Ah, du hast eine neue Brille. Oder? Ist dir noch gar nicht aufgefallen? Huch. Ist die Preise aber hier wieder teuer geworden. Mensch, ich sag dir. Neulich wieder. Ja. Aber du schaust immer noch ganz jung aus. Ja. Ist sich gut erhalten. Und deine Eltern? Krass, wir haben uns echt ewig nicht gesehen, oder? Ja. Das ist lang. Smalltalk ist manchmal so toll. Smalltalk kann so awkward sein. Und man möchte dann so nett sein. Und dann denkt man sich so, Mist, du merkst genau das Gleiche und eigentlich möchte man wieder irgendwie was anderes tun. Und du bist da so, ja, und dann war schön, oder? Ja, hab mich gefreut. Okay, gut, dann kann ich weitergehen. Ich kenne das nur zu gut. Wie kommt man denn jetzt? Es ist so ein kleiner Durchgang hier. Es ist ja winzig. Ja, ich weiß es. Ich bin ja hier, du bist immer, immer du mit deinem, sag ich mal, Größenkomplex. Es sei denn, man legt die Treppe um, dass die Treppe, oh, das ist aber schwer zu bauen, dass die Treppe hier so einmal in einem runden Ding da oben geht. Das müsstest du dann aber mit Slaps bauen. Das ist sehr schwer. Dass sie hier rund rauf wird und dann da mittig hochkommt? Ja. 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 Oder hier am Rand hochkommt. Ja, ich glaube, du hast recht, es ist eigentlich ein Muss. Das, glaube ich, müssen wir machen. Ja, ich glaube, es ist, ich weiß noch nicht, so wie du gerade gedacht hast. Ja, das könnte auch sein, dass es gut ist. Ja, dass sie irgendwie hier ankommt. Und dann lassen wir komplett den Bereich drüben sein. Lassen wir erst mal Finger weg von dem gesamten Bereich drüben. Und hier meinst du? Und dann, ja, das würde immerhin noch einen Vorteil dir gewährleisten, denn da könntest du hier eine Wand in der Treppe bauen. Siehst du? Schau her. Hier könntest du eine Wand bauen, die dann hier vorne, wie du siehst, gut anliegt. Hm. Ja, ich glaube, die Treppe zu drehen ist echt eine gute Idee. Dann dürfen wir die aber nicht aus Stairs bauen, sondern aus Slabs bauen. Ja, dass wir die auch nicht bauen. Und es ist nicht schlimm, wenn hier unten ein bisschen was, also hier unten können wir ruhig den, der Durchgang muss gar nicht so groß sein. Du siehst, da reicht tatsächlich. Ja, da geht es natürlich um die Optik auch da unten, ehrlich gesagt, ein bisschen, ne? Ja, die können wir im Nachhinein noch anpassen. Aber so eine schweiftrunde Treppe, die nach oben führt, glaube ich, hätte auch Stil. Ja, ja, definitiv. Das passt besser. Okay, dann machen wir eine Stilltreppe. Ich finde, ich muss mal noch Shoutouts, diese, ne? Was machst du? Was tust du? Ich habe mich gerade an deinen Witz erinnert. Hier, Shoutout to my Grandfather, because this is the only way you can hear. Okay, ich resse sie nochmal ab, ich resse sie ab. Aber Witz auf Englisch können natürlich auch schön sein, ne? Können sehr schön sein. Hey! Hat kurz gedauert. Hat kurz gedauert. Kam aber jetzt an. Das ist eigentlich schlecht. Ich hatte dich schon gefragt. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Coco, Hilfe. Kurz, Mini-Projekt. Mini-Projekt hier. Okay, okay. Und zwar vorm Tor. Brunnen. Einen Brunnen bitte hier bauen. Einen kleinen Mini-Brunnen. Und die Mitte muss aus Glas sein bis nach oben, weil das da unten ein Sensor ist. Und irgendwie soll der Sensor nicht so einfach hier rausgucken aus dem Boden, sondern dachte ich, so einen kleinen Mini-Brunnen, wenn man den hier hinbaut. Okay. Okay. Statt Wasser aber drin ist da, da ist kein Wasser drin, sondern oben unter dem Dach des Turmes ist einfach ein Stückchen Glas. Meinst du, was kriegst du hin? So einen kleinen Mini-Brunnen, wie du stellst? Ja, 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 ja. Also da müssen wir eigentlich komplett hier, das muss Glas sein, ne? Ich möchte es auch... Nee, muss nicht Glas sein. Luft sein. Ja, ja, ja. Es muss Luft sein. Nee, es kann Glas oder Luft sein, oder? Genau. Und wenn Wasser dazwischen ist, stört nicht, oder? Äh, nein. Okay, dann können wir das irgendwie vielleicht so nutzen. Also muss kein Plätscher-Brunnen sein, sondern kann auch einfach so ein Brunnen-Brunnen sein. Also so, ne? Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also wahrscheinlich kannst du auch wirklich einfach, wenn du jetzt hier Wasser draufsetzt. Hallo. In Nürnberg gibt es eine Burg, dort haben die einen Brunnen, der ist, glaube ich, lass mich lügen, irgendwas zwischen 50 und 70 Meter tief. Also ziemlich tief. Ja, es geht noch geiler. Ich glaube, 50 Meter waren es. Aber hier müssen wir mal gucken, oder waren es 70? Auf jeden Fall so tief, dass der Typ, der eine Rundführung gemacht hat, hat einen Schluck Wasser genommen, hat den in den Brunnen gegossen von oben, da passiert erst mal nichts. Nichts. Und dann, und dann wirklich, und es wurde fast schon peinlich, es war schon unangenehm. Und dann plötzlich... War wieder bei der Stille, hätte ich nicht M sagen sollen, wären sie runtergefroscht. Ja, der Brunnen vielleicht, äh... Lass uns ein bisschen kleiner machen, muss nicht so ganz groß sein. Hast du gerade gesagt, ich soll was kleiner machen? Können wir das schriftlich irgendwie festhalten? Ach nee, wir haben es ja Video dokumentiert, reicht schon? Ja, reicht. Es ist richtig, gerechtlich, richtig. Auf jeden Fall irre, was, was da möglich... Ah, erstmal, Wetter hier ausschalten. Also irre, und das ganze Ding ist, das Ding wurde bei Hand gegraben. Ohne Maschinen, ohne alles hier. Weißt du, wie die das geschafft haben? Wie die da unten noch Luft bekommen haben? Nee. Die haben einen Schacht gegraben. Oh. Das schöne ist Minecraft, das ist ein tolles Spiel. Man kann alles erklären. Und zwar, ja, also die haben folgendes gemacht. Das ist jetzt der Brunnenschacht, ne? Und die haben jetzt den Schacht in der Mitte, ein Gestell aufgebaut. Mhm. Ja. Und dann waren die hier unten, hier haben die gearbeitet, ja? Und unten haben sie das Gestell entfernt, dass quasi das Gestell nur in der Mitte nach oben ging, ja? Ah. Und auf die eine Seite haben sie dann Feuer gesetzt, äh, Lagerfeuer unten gesetzt. Und hier auf der anderen Seite haben sie gearbeitet. Und das Feuer hat dann samt Rauch die Luft nach oben, ne? Und dann die Frischluft, die dann das Feuer angesaugt hat, kam dann von oben nach unten. Das ist total gut, ja, klar. Brilliant, ne? Wie klug die Menschen damals waren. Mensch, wenn wir noch heute noch so klug wären, ne? Mhm. Früher waren die Menschen wesentlich klüger. Ja. Früher brauchtest du auch keine Dusche. Früher hat es nämlich gereicht, sich einfach zu schminken und zu parfümieren. Das ist viel einfacher. Natürlich, natürlich. Weißt du, ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht. Ich werde, ja, ich werde ab jetzt auch nicht mehr duschen. Ich werde einfach nur schminken. Jetzt nicht schminken, genau. Und ganz viel parfümieren. Im nächsten Video auf Joe's am Kanal sehen wir ein Schmink-Tutorial. Und ich bin gespannt, wie er sich bis dahin anstellt. Ich stelle mir das gerade so vor, so, 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 Bibi. Hey, Leute, ich habe mich jetzt seit vier Monaten nicht mehr geduscht, aber... Aber schminken ist das neue Duschen. Außerdem habe ich eine Kolonie auf meinem Körper entdeckt. Ich nenne sie Broville. Sieht so schön aus, wenn die einst süßt kleinen Fischern auf dem Körper herumkrabbeln und schon richtig... Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut, damit würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Zeit. Geht's euch. Wuh!